Herzlich Willkommen zurück wie Leute zu einem neuen Part vom Let's Play Paper Mario. Im letzten Part sind wir in die Untergrundwelt hier reingegangen und jetzt haben wir erstmal den ersten Kampf von uns hier in dem zweiten untergesorst vom Untergrund. Machen wir erstmal den Hintergrund würde ich sagen und fangen mal an mit einem Sprung, der so früh war, das haben wir ein bisschen verkackt, naja ist ja wurscht. Dann haben wir den zweiten aber trotzdem immer weg. Schön. Und wir können es nämlich einfach super blocken, tut selbst, wenn du es keinen Zaden erlangen. Den hauen wir uns immer mit einer Hammer drauf und dann ist er nämlich auch weg und macht uns keine weiteren Probleme mehr. So. Das haben wir sowas gut gemacht, bisschen besser als gehen können. Aber okay. Haben wir auch noch fünf Leben, also noch ist nichts in einem kritischen Bereich. So, dann schauen wir doch mal weiter, Albertze. Mal noch schönes haben. Das ist eine Frage, das heißt ein Block. Dieser Block enthält nun ein Item. Ich frag mich nur, wer es ist. Wer kann man denn nicht irgendwie benutzen? Mit der Sache. Ein normaler Pils stellt 5k P wieder her. Du erhältst ein Item. Manche Items kannst du für Angriffe auf deinen Gegner verwenden, andere füllen der KP Kraftpunkt auf. Du findest sie unter Items, nachdem du mit Hilfe von Plus das Menü geöffnet und deine Tasse ausgewählt hast. Dann gehen wir auch gleich wieder aus, bevor wir uns wieder mit irgendwen prügeln. Wenn wir jetzt hier auf Tasse gehen und auf Items und auf Pils, kann ich den für mich, aber ich konnte ihn auch für Gumprina einsetzen. Aber ich sag tatsächlich mal für mich selbst ein. Et voilà. Hab ich wieder alle Leben voll. Das ist doch super. So, sie arbeiten haben wir. Wir haben mal gelernt, es bringt viel. Wir haben hier einfach selbst auf Konfrontationsmodus und Erstangriff macht. So wie hier. Und danach darf ich nämlich auch anfangen. Oh! Ich hab mir noch nicht gereiht, dass es so schnell so ging. Ja, egal. Ich bin noch mal dran. Dann haben wir den ersten aus den Fallglas immer weg. Hatten wir nur voranzugleich direkt. Also wird mal wieder effektiver. Nützen können. Aber okay, so geht es da auch. Also. Ähm. Wir hätten mir gar nicht mehr zwangsläufig nutzen können. Also. Müssen. Wir hätten es können, aber nicht müssen. So. Und es gibt noch weitere Leben. Die. Jawohl. Jetzt ähm. So. Und jetzt haben wir eine Feuerblume. Feuerangriff gegen alle Gegner. Eingriffskraft 3. Okay. Jetzt haben wir die noch mal ein bisschen mehr. Die da Metzeln. Die Fürstlein auch. Die werden wir früher noch später brauchen. Weil die werden die hier so nicht ohne Grund, äh. Hängen haben. Irgendwas sagt mir auch, dass wir die später noch brauchen dann. Ob es im guten oder schlechten Sinne ist, das weiß ich noch nicht. Was ist das? Muss ich mal zauern. So. Was haben wir denn hier? Jemand, der gleich weg ist. Okay. Gegner ist der erste Angriff. Seiße. Gut. Keine Ahnung, was das ist. Ähm. Nehmen wir mal einen Hammer und zau drauf. Ich hoffe, dass irgendwas hilft. Und ich will von ihr erstmal wissen, was das für Teile sind. Taktik ist dieses Wichtig. Oh. Was? Oh nein. Sag doch was das da mit dem Scanner. Das wüsst jetzt nicht. Oh Gott. Was geht denn hier jetzt ab? Jetzt darf mir auf einmal. Die nehmen uns jetzt ganz nicht auseinander. Das ist sehr, sehr unsöhn. Hallo, was ist denn das? Was gibt's denn nicht hier? Also jetzt nochmal. Scannen mir die Dinger bitte. Du musst das nur halt nicht verkacken und nämlich mal A drücken. So, das ist ein Spruring. Okay, der hat 3 KP. Okay. Die Sperre ist mit Sprungfehlern sehr schön. Ein faszinierender Anblick. Keiner weiß, wo diese Wesen eigentlich denn herkommen. Mhm. Maximal 3 KP. Okay. Die sind zwar schnell, aber leicht zu besiegen. Zeigen wir ihnen, wer der Boss ist. Leicht zu besiegen. Ich will auch leicht zu besiegen. Aber maximal 3 KP heißt der Erste. Du könntest natürlich das tun. Wolle neue Item verwenden, was wir haben. Machen wir jetzt auch. Ich weiß, hätten wir eigentlich auch noch aufsparen können. Die hätten wir dann auch so fertig bekommen. Aber egal. Das hat man ausprobiert. Ich bin nicht so schnell. Ich brauche irgendwie da leben. War es nicht so ganz glücklich verlaufen, als es hätte sollen. Nein, nicht schon wieder. Ich dachte, die hätten beide gerade erledigt. Was soll der Scheiß? Ich will mich jetzt verarschen. Also da bin ich jetzt mal ganz schnell weg hier. Ich denke, wir müssen mir davon keine Münzen haben. Oh, da oben gibt es einen Secret-Schlüssel. Und da ist auch eine Tür dafür. Sehr schön. Also ne, das gefällt mir gerade nicht, wenn wir es hier wieder zu Leben verloren haben. Wow. Das haben wir sehr gut gemacht. Okay. Aber hier sehe ich auch, was runter ist wie das Blatt oder so. Weil ich da so komisch dran. Das sieht so aus, ob man es runterziehen könnte. Aber irgendwie. Aber es ist ein Eindruck, kann man es halt doch nicht runterziehen. Dann ist der... Das war der Schlüssel. Das war der Schlüssel. Das war der Schlüssel. Wozu er wohl dienen mag. Da? Ja. Ja. Ich will es wahrscheinlich Blatt herausfinden. Provisal. Ich zähle das einfach mal an dieser Stelle. Aber nur eine Vermutung, dass meine Platte rausfällt. Vielleicht ist die mir auch gar nicht so. So. Gleicher für diese Druhe, wer weiß. Hey du, du hörst meine Stimme. Das würde ja bedeuten, du bist der legendäre Held. Aha. Nur der legendäre Held ist in der Lage, mal eine Stimme zu hören. Uiuiui. Du musst wissen, vor langer langer Zeit hat ein böser, sauberer Messer flucht und in diese Truhe gesperrt. Mhm. Ich dachte, die Truhe kann einfach von Niss ausreden. So wartet es nun schon seit vielen, vielen Jahren, bis der Held mich hier findet. Übrigens. Was wird es eigentlich an so einem finsteren Ort wie diesem? Ich habe einfach mal Bock gehabt hier, ne? Ein bisschen Höhlen erkunden, wie ist das? Hm. Ich frage mich wirklich, ob wir ihm vertrauen können. Wir sollten ihm besser nicht erzählen, dass wir nach den Sternjuwelen suchen. Oh. Nein, ich habe besser plappert. Das war sehr ungünstig. So, so. Die Sternjuwelen sucht ihr also. Ich wusste doch, dass ihr wahrhafte Kelten seid. Ihr werdet mein Gesicht brauchen und mit dem es jetzt der Sternjuwelen zugelang. Sucht also einen Schlüssel zu dieser Truhe und wir freit uns aus dieser misslesenden Lage. Ich weiß nicht, warum der Truhentyp was über Sternjuwelen wissen sollte. Was soll wir tun, Mario? Wenigstens Schlüssel bringt ihn her. Er muss hier irgendwo sein. Es schlutet übrigens so aus. Da haben wir doch gerade schon gefunden. Bitte euch. Ihre legendären Helden. Wie jetzt? So hast du dich schon gefragt. Ah ja, aber sonst hätten wir den eigentlich erst danach suchen sollen und finden. Aber wir waren halt intelligent und klug und haben jetzt schon erfahren gefunden. Ja. Okay. Hier war ein Schlüssel. Ach, danke. Hehehe. Ich glaube, die Truhe ist besser. Ich habe es reingelegt. Niemand wird dir helfen. Im Gegenteil. Der Rache von meinen langen Qualen in dieser Kiste ist ein försterlicher Fluch, den ich über dich verhänge. So sei denn, Fluch. Ah, damit bist du verflucht. Selbst Huld. Hör mir also zu. Ab jetzt wirst du an manchen Stellen zu einem Papierflieger, wenn du Y drückst. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Und nun an wirst du mit diesem Furchtballfluch leben müssen. Ah, wie schrecklich. Aber da du mich so dauerst, werde ich dir sagen, was du am schlimmsten Fall tun musst. Betrittst du eine solche Rampe, er strahlt am Boden zum Zeißen meines Fluches. Er strahlt der Boden. Okay. Siehst du, drückst du Y, faltest du dich zu einem Papierflieger. Also eigentlich ganz wild. Du kannst deinen Flug steuern, in dem du L hin und her bewegst. Okay. Halt dir L, die doch nicht so lange in dieser Richtung ist, es wird langsamer und fällst zu Boden. Okay. Sobald du anfängst zu steigen, lass L also los. Timing ist hier alles. Nun sei es im Weitflug verflucht. Und das wäre so ungünstig. Aber das hat man soweit gepackt. Ja. Wenn du genug fliegen hast, drückst du die Bänder ein bisschen normal. Er kann also noch selbst normal werden. Ich glaube, dass es eher anhilft. Hast du verstanden, was mein fürchterlichster Fluch aus dem Macht? Na klar. Du lebe wohl, du da. Hahaha. Eieieiei. Jetzt haben wir einen Fluchen. Gut gemacht. Was war das für ein seltsamer Geist? Was war das für ein seltsamer Geist? Das war ein bisschen K.O. Das ist ein Eindruck. Also das haben wir erst mal irgendwie schnell wieder zurückgekommen an die ober... ober... Ah. Ah. Hier. Ach komm. Stop. Ist mir direkt geflucht. Hä? Ist gerade diese Timber nichts, wie man, äh... wüssten kann. Aber wir haben das gut genutzt und sollten es auch weiterhin gut nutzen. Nämlich kein Bock jetzt auf so einen unnötigen Kampf. Deswegen stellen wir uns hier aber intelligent daran mit dem Fliegen. Aber ich hab auch komm noch Leben. Wir können ja auch am Over haben. Ich will es einfach ganz gerne nur. Hoffentlich ist es leichter Flieger, wenn man L entgegen der Flugrüstung sieht. Aber er verliert an Geschwindigkeit, wenn man es nicht wieder loslässt. Okay. Ja, okay, okay. Gut, dass wir jetzt hier oben sind. Besser ist es. Man konnte da reinfliegen, aber das will ich eigentlich alles gar nicht, weil ich brauch vor allem mehr Herzen jetzt wieder. Das ist erstmal elementar wichtig. Ich denke, wir werden da wohl noch übel nochmal hier zurück müssen, aber Zumindest da mal nicht fürs Erste. Wenn es so wieder Opio aber noch hier unten da rumhüpft, wenn wir es dann eigentlich wieder oben sind. Macht sehr viel Sinn. Dass Frau 35 jetzt irgendwie keinem mehr begegnen. Das wäre nämlich hart und ungünstig. Aber wir helfen auf jeden Fall mal an dieser Stelle hier ab. Sonst soll das irgendwie wieder an die Ober ins Über Oberöde zu kommen. Mit einer Möglichkeit ist, keine Straße anfangen, sondern direkt ins schöne Hotel von Tod gehen. Ich weiß nicht, wie wir gleich nochmal ab, wenn wir so dabei sind. tun wir uns jetzt wieder, äh, ja, uns jetzt wieder Leben holen, denn wir brauchen unbedingt Wesse. Das ist elementar wichtig. Da bekommen wir einfach sehr in die Giseltepar reingehen, wenn es mal so viel wird. Da kann man super erholen. Ich will pennen. Jo. Diese fünf Münzen sind gut investiert, ähm, weil ich brauche aber mehr Leben. Wenn ich dann aufwache, aber wieder fünf neue Leben. eigentlich sogar was eigentlich mehr. Dankeschön. Das war sehr wichtig. Irgendwann auch sowas ist taktisch gesehen, der ist ganz sinnvoll. Dann speisen wir auf jeden Fall nochmal jetzt danach, damit unser Fortschritt gespeisert bleibt mit denen. Und nun kann man wieder zurück in die Höhle und das weiter erkundigen. wenn dies denn nun unsere Aufgabe fortan ist. Deswegen will ich da einfach nachhaken davor. Okay, wir müssen also in die Katakomben rein und designen wir als ob wir Papierflieger fliegen. Wenn wir das halt nicht komplett verkacken würden, ne? Aber vielleicht kommt man irgendwie auf die andere Seite oder so. Das wäre irgendwie so richtig gesight fliegen, das können wir noch nicht. Ach, come on. Auf die andere Seite rauf, das gibt's ja nicht. Jawoll. Kamaske saft. Ah, okay. Woher soll ich wissen, dass wir da nicht entlang hin können? Da ist hin. Mein unterird ist der See, der von Meereswassern gespeist wird. ist halt auch similis als Kreaturen zu leben. Halt ist fern vom Wasser. Ja, danke, das sagst ich mir auch ein bisschen spät. Lass uns weitergehen, aber hier können wir doch nicht weitergehen, hä? Witzig. Gut, dann müssen wir doch irgendwie nach oben, aber das geht bestimmt auch das Papierflieger. aber halt nicht so. Mann, diese Kamera nur da hoch. Okay, das doch von der Seite. Ne, geht gar nix. Gut, dann erst wieder zurück, müssen wir wieder später rein. Hilft nix, da kommen wir auch nirgends hin. Also ein Wandsprung oder sowas ist ja der Mario auch nix der Lage zu tun. Die Schad da wieder verlernt. Dann geht es bei uns wieder noch mal weiter nach unten, wie es mir scheint. Ha, die haben verkackt. Jetzt aber auch. Das war so ein bisschen kaber dafür, dass die ausgelacht haben, dass die es verkackt haben. Ja, jetzt hat es halt OP verkackt. Sehr gut, rein in die Röhre. Dann geht es doch wieder nach unten jetzt. Ein Interroar. Ja, machen wir den Hammer. Sehr gut, das haben wir ja ganz gut gemacht. Beide sind weg. Easy. Schön. Das haben wir gut gemacht. Doch wieder mehr Münzen, das ist auch sehr wichtig. Den lassen wir es einfach mal aus. Der Wendel können wir den eben auch. Bomben gehen, man es war halt nicht. Also, dann gibt es hier wieder eins mit dem Hammer draufgehauen. Bam. So, langsam. Langsam wird es. Jawohl. Jetzt haben wir hier einen kräftigen Kompass. Keiner bleibt uns am Leben. Wie kommen sie alle? Schön, schön, schön. Ah, Geld und Leben nehmen natürlich alles gern. Gern gesehene Sachen. Ich glaube, wir müssen nochmal da unten. Nicht mehr Zeit. Also, wirklich nochmal rein in die Tiefen, keiner kommt. finden. Naja, da steht unser Sympathischer Kuppel hier, aber was soll's. Ich will aber, glaube ich, erst mal hier nochmal entlang fliegen. Ich glaube, das wird das auch so ein Vorteil als Flugzeug an Diastole haben und dann ist das nicht ohne Grund. Wir müssen irgendwie auf den Block hoch. wie ein bisschen das ist, So. Aber hier werde ich erst mal fliegen. Ja, fliegen vor allem. Fliegen. Also, auch auf den zweiten eigentlich gar keinen Bock hab. So, danke. jetzt müssen wir sinnvoller machen auf den Block rauf fliegen in einer Weise, wie es halt auch klappt. Ach, kommst du nicht wieder. da. Ja, ich weiß, blöden Block blöden Block drauf fliegen, mehr will ich noch gar nicht. Also. Ich bin doch jetzt der... Oh, come on. fliegen. Ja, ich will so alle leben. Und das ist irgendwas. Mach. Das gibt's ja nicht. Meine Fluchtmöglichkeiten werden auch immer mies geringer. Ich hab's verstanden. Wenn du's noch einmal sagst, dann ist es fürstig, dann bring ich's um, so alter Goomba. Seh du doch selber. Du hast so viel besser, weil du kannst. So, ein Dreck. So, ein Dreck. Okay. 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 Jawoll. Nein. Nein, come on. Wär man fast da gewesen. Da, wo glaubst jetzt zum nächsten Mal nehmen wir und haben sich meinen Kampf gespart. Weil das wäre sonst halt erst hart belastend gewesen. Wenn wir mit der Zeit nochmals hätten kämpfen müssen. So. Ich halte doch deine Klappe. Och, komm. Ich will nicht. Ich will nicht. Puh. Ich geb's echt nicht hier, ey. So. Ja, natürlich. Die fix normal. Weil hier noch so alle leben. Was soll denn der Dreckscheiß? Können wir's auch alle mal. Jawos. Ich fliege bis zum nächsten Part auf den Block drauf und im nächsten Part sehen wir uns dann wieder wenn wir auf den Block drauf sind bzw. dass wir in Sicherheit sind. Es hilft da alles nix, ne? Also ich werde nicht viel Versuch es noch braucht im nächsten Part bin auf den Block oben. Bis dann macht's gut und ciao у haben ..." Das war's für heute.